Die Wahl der richtigen Hydraulikleitungen, darum geht es in diesem Video. Mit den Hydraulikleitungen oder auch Dashfittingen genannt oder Fittinger oder wie auch immer, kann man eigene Hydraulikleitungen, wie der Name schon sagt, erstellen. Man kann am Fahrzeug direkt Sachen bauen, man kann sich die Längen zuschneiden, man kann verschiedene Winkel von Adaptern etc. benutzen. Man ist sehr flexibel und man muss nicht zu einer Hydraulikbude, um sich irgendwelche Leitungen pressen zu lassen, die sich teilweise danach nicht mehr verdrehen lassen etc. Dafür gibt es diverse Schläuche und auch diverse Fittinger. Auf die Fittinger an sich muss ich gar nicht weiter darauf eingehen, das wissen die meisten, das ist Dash, das kommt aus dem amerikanischen AN-Gewinde, bla 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 bla, das muss ich alles nicht erzählen. Ihr wisst, es gibt, die meisten sind schwarz, es gibt welche in Silber von Ditchworks, es gibt rot-blaue, damit hat alles angefangen. Es gibt verschiedene Varianten, verschiedene Adapter, verschiedene Fittinger. Wichtig ist, welche Schläuche verwendet ihr. Die meisten stehen da vor der Frage, welchen Schlauch brauche ich eigentlich? Ich weiß, wie ich von A nach B komme, ich weiß, mit welchem Winkel ich da weg muss, aber was setze ich dazwischen zur Verbindung? Dafür gibt es diverse Schläuche. Wir bieten drei verschiedene Varianten an. Das ist der klassische Hydraulikschlauch, der Hydraulikschlauch E85 und der PTFE-Schlauch. Wann verwende ich was? Der klassische Hydraulikschlauch ist für alle Arten von Kraftstoffen oder für den normalen Kraftstoff und für Öle geeignet. Der Hydraulikschlauch E85 ist, wie der Name schon sagt, für E85 Kraftstoff, das heißt für Ethanol angereicherten Kraftstoff geeignet. Ob ich das für E100 rein Ethanol verwenden würde, das möchte ich vielleicht bezweifeln. Auf jeden Fall ist er widerstandsfähiger als der normale Hydraulikschlauch. Temperaturbereiche, Flexibilität etc. kann man da nicht unterscheiden. Gibt es nicht. Es geht rein um das Ethanol, was ja bekanntermaßen Gummi angreift und deswegen nicht der normale Hydraulikschlauch passend ist oder nicht dafür geeignet ist. PTFE hingegen ist ein Kunststoff und eine Art Kunststoffmaterial. Ist deutlich dünner. Nutze ich dann, wenn ich zum Beispiel filigranere Leitungen haben will oder vielleicht nicht so viel Platz habe, irgendwo mit einer Leitung durchzugehen. Und dann, wenn ich sehr hohe Drücke fahre, zum Beispiel im Hydraulikbereich, im Bremsleitungsbereich etc. Dann ist PTFE die richtige Wahl. Worauf ihr ganz besonders achten müsst, ist, dass ihr die richtigen Fittinge zu der richtigen Leitung verwendet. Mixt bitte nicht die Hersteller der Leitung mit den Herstellern der Fittingen. Wenn ihr Fittinge von Red Horse Performance kauft, kauft bitte die Leitung von Red Horse. Wenn ihr Fittinge von Deechworks kauft, kauft bitte die Leitung von Deechworks. Nur dann ist gewährleistet, dass die 100% zusammenpassen und auch richtig funktionieren. Wer eine PTFE-Leitung verwenden will, muss auch die PTFE-Fittinge dafür verwenden. Häufig ist die Auswahl nicht ganz so groß. Achtet deswegen darauf, ob ihr genau das, was ihr braucht, auch von den PTFE-Fittingen bekommt. Die PTFE-Fittinge haben eine Dichtolive mit integriert, die die eigentliche Abdichtung erzeugt. Die muss getauscht werden, falls ihr den Fitting nochmal öffnen wollt und wieder verschließen wollt. Das ist bei PTFE besonders zu beachten. Und bitte tut mir den Gefallen, achtet auf einen vernünftigen Hersteller. Wir achten sehr stark darauf, welche Hersteller wir ins Programm nehmen. Wir haben verschiedene Fitting-Hersteller im Programm. Und wir haben leider die Erfahrung gemacht, dass es viele Hersteller gibt, die doch offenbar eher Geld machen wollen, als Qualität zu liefern. Und da insbesondere sehr viele Undichtigkeiten aufkommen. Deswegen spart lieber nicht am falschen Ende. Ich denke, jeder kann sich gut vorstellen, was passiert, wenn so eine Kraftstoff- oder Ölleitung undicht wird. Alle drei Arten von Hydraulikschläuchen gibt es zudem nochmal mit einer Nylon-Umwandlung, das sind die schwarzen, oder mit einer Edelstahl-Umwandlung. Jetzt haben viele das Verständnis, dass Edelstahl hitzebeständiger ist. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe eher den Punkt, dass Edelstahl die Hitze aufnimmt und länger in dem Material hält. Das heißt, länger die Leitung innen drin belastet. In hitzesensiblen Bereichen oder in kritischen Bereichen, in hohen Temperaturbereichen, würde ich eher zu einer Leitung mit einer Nylon-Umwandlung tendieren und diese dann mit einem Hitzeschutzschlauch nochmal zusätzlich ummanteln. Die Edelstahl-Umwandlung ist in meinen Augen die bessere, robustere Umwandlung bei, ich sage jetzt mal, bewegenden Teilen, bei Sachen, wo es sich abscheuern könnte, wenn es unterm Unterboden liegt, wenn einfach mehr Widerstandsfähigkeit dafür da sein sollte. Dann greift es zu der Edelstahl-Variante und ansonsten tut es die Nylon-Variante auch. Ich hoffe, ich konnte euch bei der Auswahl der richtigen Schläuche helfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und nicht vergessen, immer den gleichen Hersteller bei Schläuchen wie Fitting. Bis zum nächsten Mal.